MiMiMiMiMiMiMiMiMiMiMiMiMiMiKiG GWOIM Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir auf dem Kanal und heute zeige ich euch wie ihr die exotischen Ausrüstungen und Waffen in Destiny nun upgraden könnt da ja beim DLC dazu kommt dass man nur mehr Licht, also jetzt Licht Level 32 werden kann haben die das für die normal sterblichen, also die das DLC nicht gekauft haben, auch gepatcht Also die Eigenschaften, also die Waffenstärke, haben sie auch hochgepatcht. Und ich zeige euch das jetzt bei Xur. Der ist von Freitag von 10 Uhr bis Sonntag 10 Uhr da. Das werdet ihr wahrscheinlich eh wissen, aber ich sage es nur dazu. So und wir gehen jetzt rein. Hier sehen wir halt das Standard Equipment, was wir von Xur kennen. Also für den Jäger die ganz normale und für den Warlock die ganz normale Brust. Und hier haben wir dieses Mal beim Titan das erste Mal eine DLC Ausrüstung. So man muss dazu sagen, dass die exotischen Sachen, die man bei Xur nach dem DLC Release kaufen kann, schon automatisch diese Aufwertung der Level haben, sodass man ein höheres Level erreichen kann. Und das zeige ich euch jetzt hier anhand von dem Beispiel. Hier gibt es die Wahrheit, schon mit aufgelevelten Schaden. Und hier im Inventar habe ich sie mit ganz normalen Schaden. Deswegen ist das hier nicht, ja, Green Lemon schreibt mir gerade, cool, dass du im Video bist. Danke. Und deswegen zerlege ich hier jetzt die alte Wahrheit, damit ich das exotische Bruchstück bekomme. Das muss ich mir halt dann nicht für sieben Münzen kaufen. Hier ein exotisches Bruchstück. Und kaufe mir hier jetzt die Wahrheit. Na, kaufen. Man muss die jetzt länger drücken, ist jetzt auch eine Neuheit. Kaufe ich mir jetzt die mit den neuen Werten. Ebenfalls, was ich mir kaufe, ist hier das exotische Engram für das Pack Opening. Und hier zeige ich euch, wie ihr die exotischen, die ihr selbst ausgerüstet habt, verbessern könnt. Ihr braucht eben hier die Ausrüstung, die zum Aufleveln bzw. Waffen müsst ihr haben. Bei mir ist jetzt zum Beispiel die High-Rüstung für den Titan und die braucht einmal natürlich den Ausrüstungsgegenstand. Ein exotisches Bruchstück. Na, jetzt eskaliert es aber mit den Nachrichten. Und halt eine Anzahl von Klima. Und ja, ich habe die High-Rüstung ausgerüstet und ich würde sie gerne aufgelevelt haben. Nur der Haken dabei ist an der Geschichte, dass ihr die ganze Rüstung neu aufleveln müsst. Und dann auf Maximum auch wieder ein Bruchstück auf Maximum bringen könnt. Also müsst. So, und ich upgrade hier jetzt die High-Rüstung für meinen Titan. So. Aufgerüstete High-Rüstung. Und wir schauen jetzt. Das hier ist einer davor. Also nicht die High-Rüstung, sondern eine andere Rüstung für den Titan. Plus 30 Licht. Und hier haben wir jetzt plus 30 Licht als Voraussetzung. Und plus 36 Licht kann man es haben. Also die Werte haben sich gesteigert. Und ja, das war's. Wie ihr bei Xur die exotischen Waffen leveln könnt. Und ich werde auch noch Klima sammeln, damit ich meinen Donnerlot hochleveln kann. Und noch etwas Praktisches ist dabei. Wenn ihr einen exotischen Beutezug habt, den ihr schon vor dem DLC-Release angefangen habt, ist es egal. Wenn ihr nach dem DLC das fertig stellt, also exotische Beutezüge, die nach dem DLC-Release, nach dem Dienstag, abgeschlossen werden, hat die Waffe automatisch die Werte von den Neuen. Zum Beispiel, ich habe hier die Schmieren für 300 und habe hier den Beutezug für die neue Schmieren. Die wird die neuen Werte haben, obwohl ich sie vor zwei Wochen erst bekommen habe, diesen Beutezug. So, das war's auch schon wieder mit dem Video. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und eventuell ein bisschen geholfen hat. Und abonniert für mehr Destiny-Videos. Danke, ciao und tschüss. Heuer Scherzix.